hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hot sky wir sind gerade dabei ein paar gerätes zu bauen um um so spät 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 Ich bin ein wenig, aber ich kann es nicht mehr so gut sein. Ich kann es nicht mehr so gut sein. Schau mal, wie ist das denn? Ja, wie ist das denn? Ja, das ist schon lieber. Haben wir auch die Geräte? Ja, die Rache. Die Rache. Die Rache. Die Rache. Die Rache. Wie sieht der Name aus? Die Rache. Die Rache. Und dann gibt es noch die Rache. so dann kann man aber lecker das da und eine runter und eine runter Das ist ein Wunscher. So, das ist ein wenig nütz. Was ist das denn? Kein Ender mehr. Ich weiß nicht, wie wir ihn bekommen haben. Ich weiß nicht, wie wir ihn bekommen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir ihn bekommen. Ich weiß nicht, wie wir ihn bekommen haben. Wir haben noch einen großen Zub dauern. Wir machen noch einen Drei-Wantern auf. Wir haben noch einen Drei-Wantern. Die Karte-Karte mal mit den Drei-Wantern. anywhere ist, wie wir sie in den Drei-Wantern machen. Die Karte-Karte-Karte hat den Drei-Wantern. Dein Drei-Wantern ist eine Drei-Wantern. Wir empfehlen die Ökarte-Karte. Das ist eine Drei-Wantern, die wir nach unten. Ach, das ist immer deutschisch, ich muss immer wieder umstehen. Mein Englisch ist Filipe. Probieren wir mal Kuchen. Ja, dann. Okay. Dann haben wir noch ein L-Market. Ich muss die L-Market nicht machen, oder? Ich muss die L-Market nicht machen. Ich muss die L-Market nicht machen. Ich muss die L-Market nicht machen. Gut, ich glaube wieder, dass wir uns alles öffnen. Ich würde noch eine Mop fahren. Um die Mop kommt zu bauen, braucht man einige Sachen. Vielleicht finde ich wieder so ein riesen roter Ding. Obwohl er sich immer noch roter ist. So ist es mir doch. Ich würde noch mal gucken. Ich würde noch mal gucken. Ich würde noch einen Schaden aus mehreren. I'm the man who got to be to my barge. Ich bin mir immer youthful, was ich? Was fühlen wir denn hier eigentlich? Das ist ein Text heute in die Serie. und Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Keine Idee. so wie sie sollten würde ich das mal reichen jetzt machen wir mal die Thorn und dann machen wir die Thorn und dann machen wir die Thorn und bauen wir die hin und dann machen wir die Thorn und dann machen wir die Thorn jetzt kommen 3 an Das ist eine gute Idee. 2,3,4,6,7,8 2,3,4,7,8,9,9 Johnny MION groß genug wird zum spawnen 중국 Ich hoffe ich schütze von dem Lumpen. Ich hoffe ich schütze von dem Lumpen. hier sind wir fast kaputt drauf an und wir haben die Wutte die Wutte halt und das ist die Klinik auch die Wutte und die Wutte halt und das ist die Klinik auch die Wutte mein frühmorgens arbeitsendig wenn das nicht wäre wenn das nicht Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Let's dive a little. Wiener Jetzt hätte ich es gut Können wir da noch hin. Denkst du erst mal mit Schoen anrufen. Dann haben wir noch eine zweite Spongebung angeschaut. Eine Aufmerksamkeit. Die Kompost wird im Hintergrund geschlossen. Der Betrug! 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 Das ist, dass ich mir nicht aufbauen will, ich glaube auch. Das war's für heute. Wir haben noch einen 1. Das ist noch nicht wieder mit dem Lutz, also alles funktioniert. Und das wird wohl ein bisschen schwierig, aber das tut mir leid. Ich habe es wirklich geschafft, einen Rebound-Fontest zu bauen. In dieser Folge. Die Diskussion muss man hier. Mit den Monstern in richtige Richtung zu rücken können. Und das wird wohl nicht mehr zu bauen. Oder gehen würde. Und wir haben die Release-Tender. Und dann haben wir die Begründung, die wir sehen, dass wir die Begründung haben. Sobald die Begründung. es ist Ich bin sehr sicher, dass ich hier nicht mehr auf die Seite habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr auf die Seite habe. Kumpel, da kommt er weg. Ja, ich bin fertig. Hm. Noch hier weg. Ganz schön, so. Ja, das ist gut. Ich muss jetzt die Dürmeren. Ich kann doch mal alles reichen. Ich kann doch nicht mehr sehen. Ich kann doch mal kurz gucken. Ich kann doch mal hier rein. Ich kann doch nicht mehr sehen. Lass uns auf den Kopf Das wollen wir noch nicht aussetzen. Das steht nämlich so weit. Immer bis zum Tod. Da kommt die Weinbeer weg. Da bin ich die selbst ausschutzen. Da haben wir noch zwei Reihen. Die sind vorne drin. Da haben wir uns die gehalten. Da sind wir noch so gut. Und die Abfall. Da sind wir noch zwei Reihen. Da sind die Verdun. Da sind die Wand. Da sind die Diener. Da sind die Diener. Da sind sie noch nicht. Und das soll. Da sind die Diener. Da sind die Diener. Ähm, ja. Das Blut ist ja vorne. Das ist natürlich. Ich bin ja weg hier. Ich weiß gar nicht. Ich habe das in der Erde. Ich habe das in der Erde. Jetzt sollte ich nicht spawns welcher fallen. Ich bin ja nicht weit aufgeräumt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe eine Sim von 2.9. Ich habe das in der Erde. Ich habe das in der Erde. Jetzt kommt es. Ich kann nicht nur betrifft den Klingel Ich hoffe dann, ich muss den Klingel zeigen Ich muss den Klingel machen Ich muss den Klingel lassen Und... Gut. Oder auch nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Nicht nur ansonsten. Kann ich mir erstmal... Der wird auch nicht weiter. Der wird auch nicht weiter. Ich weiß nicht. 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 Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, lebe. Oh, lebe. Oh, lebe. Das war's für heute. Ich schaue mir jetzt gerade keine Masse zu holen, aber gut. So, ja. Wir werden verletzen. Wir gehen da nicht. Okay. Aber jetzt sind wir da oben, und jetzt sind wir da oben. So, ja. So, das stimmt. Jetzt wird es, ... und jetzt kommt der Computer aus dem Text auf. ... und die Nutzung... ... und die Action. ... und die Nutzung die Nutzung. ... und die Nutzung die Nutzung... Ich habe eine große Länge heute, aber wenn man so am Zug stehen ist, ist wohl noch etwas ich bin ja nicht mehr da was ich hab mir doch heute mal auf ne Stunde und hier und hier sind alte und hier sind ja hier dann ist das hier so 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 liegt ich glaube Okay. so man 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 Das war so ein Problem, das war Nein, nein Nein, ich hasse L. Der machte. Das glaubt ihr gar nicht wissen. Nee, wie das liegt, wurde ausschöpig vor. Wenn man nicht da hängt. Ich weiß nicht, ob er auch was hat ich tun. Der machte. Und wir müssen noch an die xps gucken, da habe ich auch noch nicht gesehen. Na, ich darf nicht ins Loch rennen, äh, in die Tür rennen. Ich gebe euch an die Blöckung. Ich habe den Blöckung. Ich habe den Blöckung. Ich habe den Blöckung. geräumt hier 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 Schlemmen Wir haben erstmal die Mob von Berdich. Ich muss jetzt die Abweiß rein sehen, dass da jetzt demnächst die Monster drin sporen werden. Irgendwie läuft es gerade bei mir. Licht. Es ist ein Doktor. Es ist ein Doktor. Es ist ein Doktor. Ich spiele auch so viel, ich spiele es einfach so machen, wenn man eigentlich mal muss, warum wir auch mal nicht versuchen, aber gut, alle drüben, jetzt will ich euch nicht wünschen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.